Oh! was auch kein Wasser, sonst würde ich Wasser da drauf. Oh, das Schwein. Ich hoffe, es wäre ein Schwein. Ich rette es. Geh weg, Schwein. Nicht reinfallen. Geh weg. Du bist nicht. Du bist nicht. Du doch was. Wir müssen nur da hinkommen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich versuche mal, Wasser zu holen. Nein. Es ist reingefallene Schwein. Nein. Es ist schon tot. Okay, wir haben jetzt alles in der Umgebung getötet. Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Eine kleine Flutwelle. Da liegt Leder-Dings-Zeug. Ich möchte es haben. Leder-Dings-Zeug. Hallo, warum geht jetzt eine Feuer hier nicht? Lösch dich. Okay. Ich habe jetzt zwei Leder-Dings von den Kühen oder Haut oder was das ist. Mir ist gerade aufgefallen, dass das Wasser aufwärtschwindelt. Und guck mal, so schnell kann man so viele Kurbelsteine kriegen. Ja. Interessant. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass es wieder dunkel geworden ist. Achso, doch, stimmt. Vorhin. Ich wollte gerade sagen. War das so hell? So, ich würde ja... Das, 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 ich glaube, das war da, wo du angefangen hast, von diesem Regen zu reden. Ich glaube, da ist gerade unklick geworden. Äh, so genau weiß ich das auch, wenn du nicht. Weißt du, es ist aber der Geheise, wo es nach Hause geht? Nee. Ich will unser Haus zeigen. Das war ich schon lange nicht mehr. Ich will unser Haus zeigen, verdammt. Dieses Glasding. Ja. Du sollst es nicht verraten. Du sollst es verraten, dass es ein Glasding ist. Ich hätte man es auch nicht verstanden. Tut mir leid. Irgendwie zum Wasser nach vorne und dann... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, du hast mich ja zwischendrin teleportiert. Ja, stimmt. Irgendwo nach da. Ach, stimmt. Wir waren gar nicht so weit weg. Fällt mir gerade ein. Irgendwo hatte ich im Deckstreen. Ich muss sagen, die Frame-Mate von Minecraft ist ja gar nicht so niedrig, wie ich dachte. Ach ja, jetzt sind wir wieder hier. Hä, wo bist du? Ach, da oben. Aha, hier. Ah, ich sehe was leuchten. Äh, genau jetzt schreiben mich so viele... Ne, genau jetzt schreibt mich meine Freundin an. Mal wieder. Vorsicht, wir sind live. Ich lasse sie einfach ein bisschen warten. Ist sowieso nicht so wichtig. Ja, okay. Ah, ich sehe mein Baumhaus. Bist du noch da? Okay, da bist du. Ich habe mir nur gerade Wasser geholt. Ich bin ein Eimer. Bringt zwar nichts, aber egal. Wie man eben gerade sehen konnte, ist da überall Lava. Scheibenkleister. Wer da? Ah ja, fit. Mal gucken, ob wir mal den Backscreen aufnehmen konnten. Jetzt weiß ich gar nicht mal, wo unser Baumhaus war. Äh, mein Baumhaus. Das habe ich ja gebaut. Was wir gebaut haben, ist unseres. Und was ich, was wir einzeln gebaut haben, ist... Einzeln. Unser. Da. Aha. Sehr logisch. Sag mal, weißt du noch, woher wir kamen? Das ist, das ist ein See, das ist ja gar nicht das Meer. Natürlich ist das ein See. Ich weiß nicht. Ich laufe jetzt einfach mal rum. Irgendwo kommen wir ja schon wieder raus. Hey, hier sind ja überall nur Wiesen. Irgendwann muss doch das Wasser kommen. Alter, ich sterbe. Alter, vor allem Alter. Hallo, ich will unser Karamellhaus zeigen. So, jetzt verrat's nicht einfach. Unser Honighaus. Ach, hier ist Meer. Irgendwie, ich glaub, hier waren wir vorhin. Oder nee. Egal. Becky, wenn du in die falsche Richtung... Warte. Keine Ahnung. Wir können ja einmal ganz rumlaufen, irgendwann mal zu ihm ist. Rein technisch erinnere ich mich an diesen Baum, wo ich jetzt gerade unterstehe. Das heißt, nach da. Genau, ich habe recht. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich kann mein Boot sehen. Ich kann mein Boot sehen. Mein Boot vor allem. Jetzt wird's wieder hell. Ja, man kann alles sehen. Vor allem, der Schieb. Ich finde gar nichts. Das ist hier nur wie ich so... Die Bäume hier sehen irgendwie komisch aus. Das ist an denen komisch, die habe ich gepflanzt. Also, naja. Ach, hier sind wir. Falls jetzt irgendwer hier Fragen haben sollte, warum im Multiplayer auf einmal meine Welt ist, das liegt daran, dass ich das Halfgame einfach rüberkopiert habe. Und dann haben wir so angefangen, wie ich den Singleplayer aufgehört habe. Und jo. Nur halt mit einem Problem. Ich hatte meine Items nicht mehr, die ich anhatte. Ist auch nicht so schlimm. Ich habe immer noch ein Glas voll Wasser. Äh. Ein Eimer. Ja. Ja. Vor allem Ding. Glas. Oh, ja. Äh. Schon. Äh. Geht auch. Boah, ich habe es diesmal beim ersten Mal geschafft, da rüber zu kommen. So. Tada. Da ist unser Karamellhaus. Okay, eine Pyramide. Wie ist gerade eingefallen, wir hätten uns nur ja TNT schieben können, ne? Hm. Dann hätte ich endlich meine Miene weiterbauen können. Ausbauen können. Na egal. Zu spät. Machen wir ja ein andermal oder... B.A. Geil. So, zeigen wir unser Haus. Haus, Haus, Haus. Haus. Das sieht von Weitem wirklich aus wie Sand. Ja. Obwohl jetzt nicht mehr... Okay, das sieht komisch aus. Unser Eingang ist leider auf der anderen Seite. Tut mir leid, Leute. Ist leider so. Denn ich habe den Einzel... Die Dinger sind so eklig, die ist unter Wasser. Die Dinger sind nicht eklig, die sind süß. Gefährlich. Ich sehe aber immer nur die Zähne und den Mund vorne. Der Letzte macht die Tür zu. Ja. Diesmal halte ich mich daran. So, Leute. Das sieht komisch aus. Von unten vor allen Dingen. Nimm ich hoch. Hm, hm. Ah, ich übersehe immer die Treppe. Was am Arsch. Bist du da jetzt Wasser runter? Und da haben wir ein Aquarium. Ja, ne? Jetzt fährst du die Karte. Geh, sieh noch weiter runter. Oh Gott. Gott, oh Gott. Eh, auch mal was. Na egal, gehen wir jetzt auf meinen Balkon. Äh, unser Balkon. Unser. Meiner. Naja, halt unser. Sieht aus wie Honig. Auf jeden Fall. Wie so ein Honig-Ding. Irgendwer da sagtest du, vorhin sagtest du noch, als wäre da sagtest du Karamell. Ja, ich weiß, danach habe ich Honig gesagt. Danach. Ich habe nur einmal Karamell gesagt. Danach hast du nochmal Bienenstock gesagt. Ja. Ich habe es ja nur von nach... Äh, warum machst du da Wasser hin? Ganz einfach, weil es Spaß macht. Genau, unser Swimmingpool. Ganz schön. Interessant. Ah, cool ist hier. Wo weiß dieses Sog? Interessant. Naja, was soll's. So, das war's von mir. Bla, und so weiter. Und der Black Tiger Eye. Eigentlich wäre noch der Potion Manager hier. Aber der ist leider nicht verfügbar, weil er sagt, er hat zu viel gezockt. Und, keine Ahnung. Er ist beschäftigt. Anscheinend. Sag ich jetzt einfach mal so. Keine Ahnung, ob ich es war. Äh. Egal. So, der ist auf jeden Fall nicht da gerade. Falls er überhaupt kommt, wert. So. Aua. Hey, so viel habe ich dich nicht gehauen. Oder doch? Hey. Witzig. Witzig. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder einander mal. Wie auch immer. Bis dann. Ich habe dich schon nicht. Eine Blume tut nicht weh.